Hallo, schönen guten Abend. Heute möchte ich ein wunderbares Rezept präsentieren, das noch einmal eine kleine Hommage an die Panna-Küche ist und ein bisschen ein außergewöhnliches, aber sehr leckeres Rezept ist. Ich weiß nicht, ob es eine Eigenkreation oder vielleicht eine neue Spielart der Küche ist oder ob es tatsächlich traditionell ist. Das konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Aber eines ist sicher, die Mortadella spielt eine Rolle, die Sahne und Tortellini. Also könnte es durchaus in der Emilia-Romagna dem Magen Italiens zuhause sein. Und lasst euch überraschen. Was wir dazu brauchen ist selbstverständlich die wunderbare Mortadella aus Bologna, Tortellini, ich habe hier vorgefertigte aber in sehr guter Qualität gekauft, Frühlingszwiebeln, ein paar Plättchen Salbei und dann eine Mousse, die ich aus Pistazien aus Bronte, Olivenöl und mehr Salz im Mörser zubereitet habe. Schwarzen Pfeffer und natürlich die leckere frische Sahne. Dazu ein Topf mit Wasser und der wird mit Salz gesalzen. Aber man tut, Achtung Energiespartipp, immer erst das Salz rein ins kalte Wasser und lässt es dann kochen. Durch die Ionen wird das Wasser schneller erhitzt. Dann eine Pfanne und dort drin braten wir die Mortadella an und in die kalte Pfanne reingeben. Die wird dann langsam warm und das Fett, das in der Mortadella ist schmilzt an. Wir brauchen dann kein weiteres Fett. Es kommt ja eh noch Schlagsahne da rein. Man sieht schon hier, fängt schon an das Fett leicht zu schmelzen. Insofern braucht man dann kein Öl oder keine Butter. Wenn, dann würde ich Butter nehmen. In der emilianischen Küche ist das durchaus erlaubt. Und wenn das dann schon anfällt. So schmilzen. Und die Mortadella sollte von guter Qualität sein. Ich habe hier die von Romagnati. Das ist eine ganz besondere. Die Massima. Das ist eine mit Pistazien, wie man sehen kann. Und auch die aus Bronte. In der Emilia-Romagna und im Norden Italiens wird stets daraus geachtet, dass die Mortadella keine Pistazien hat. Da sagt man, das wäre falsch. Aber im Süden Italiens ist ganz wichtig, die lieben diese Pistazien. Und daher dann auch dieses Pistazien-Mousse, das ich gemacht habe. Wie gesagt, im Mörser aus frischen Pistazien Meersalz zerrieben und dann mit Olivenöl aufgemotzt. Und hier merkt man schon, fängt es an zu brutzeln. Ganz ohne Fett. Also wie gesagt, das hat die Mortadella in Genüge schon in sich selber. Und eben die Mortadella gilt als eine der authentischsten Produkte Italiens. Das ist eine Wurst, die schon einen Kultstatus vor einigen hundert Jahren hatte. Und sie gilt als ältestes eingetragenes Warnzeichen, die Mortadella, die Bologna. Auch Bologna in Amerika genannt. Weil Amerika hat ja sehr viele italienische Einwanderer. Und die haben ganz, ganz am Anfang schon die Mortadella mitgebracht. Und es ist quasi auch das Wahrzeichen Bolognas, der Hauptstadt der Emilia-Romania, die ja nicht nur als die Gebildete gilt, sondern auch als die Rote, weil die Steine dort rot ist. Und last not least als Lackgrasser, die Fette. Weil dort eben diese Fettstückchen in der Mortadella ist. Man gerne mit Sahne und Butter kocht und alles gerne viel gegessen wird. Jetzt drückt es hier ganz fein in die, natürlich die Fratellini kommen in das gesamte Wasser. Acht Minuten brauchen sie. Und in der Zwischenzeit kommt hier noch meine vorgeschnittenen Rügelchen ein bisschen rein. Und auch gleich kann man die Blättchen Salbei noch damit geben, um das alles etwas zu aromatisieren. Und Salbei passt sehr schön zu diesem, ja, zwar täftigen, aber doch eher feinenden, also von dem Geschmack mit Sahne und hellem Fleisch und Tortellini. Es ist ein sehr leckeres. Und dieses Salbei macht es noch etwas bekömmlicher und rundes, den Geschmack ganz wunderbar. So, und bei den Tortellini mache ich noch den Deckel. Wir haben ja von Energiesparen gesprochen. Und wenn man hier sieht, dass die Mortadella schön angegangen ist, die Zwiebelchen, beziehungsweise die Frühlingszwielchen schon etwas glasig werden. Dann gibt es da auch noch ein bisschen Salz rein, aber nicht so viel. Wasser ist gesalzen, Mortadella ist würzig. Und jetzt eben kommt dann auch die Sahne schon rein. Es wird damit quasi abgelöscht. Und die fängt schon schnell an, einzukochen. Und wenn dann gleich die Nudeln fertig sind, dann kommen die rein. Auch das Mehl gibt noch eine Bindung. Und die Diskussion, die wir hatten über Kochsahne, ist dann quasi schon obsolet, weil es ist tatsächlich immer die bessere Wahl, eine frische, gute Sahne zu nehmen. Ihr habt gesehen, ich habe eine Bio-Sahne genommen von Demeter. Weil das ist eigentlich der besondere Geschmack. Und diese kleinen Päckchen, die sind als Notvorrat ganz gut. Also wenn wir jetzt irgendwann unseren Luftschutzbunker betreten müssen, dann ist es toll, wenn da ein paar Tetra-Pack und lange haltbare Sahne ist. Aber zum Kochen, wenn man es sich aussuchen kann, dann nimmt man natürlich die Blume der Milch, die Sahne, die frische, den Schlagrahmen. Das kann man schon mal probieren. Die Köche machen das so, ja, Salz ist genug drin. Jetzt kommt noch etwas Pfeffer rein. Und wir lassen das ganz gemütlich langsam einkochen. Wie gesagt, gleich kommen die Tortellini, wenn die acht Minuten dort geköchelt haben. Und dann bringen die ihre Stärke mit. Und binden die Soße nochmal ab. Aber das ist eigentlich auch selbst hier dann nicht mehr nötig. Das bekommt schon eine richtig schöne Konsistenz. Und jetzt, jetzt kommt diese Mousse. Die muss nicht sonderlich kochen, die soll auch nicht allzu viel kochen. Und eben diese Pistazien, die sind ganz besonders, da sieht man noch die Stützchen. Und wie gesagt, ein bisschen Meersalz zermörsern und mit Olivenöl glatt rühren. Und Pistazien und Mortadella. Das ist eine ganz, ganz tolle Kombo. Also das ist, das weiß ich auch nicht warum, aber da ist wirklich diese Nuss aus Sizilien und die Wurstspezialität aus der Emilia-Romagna eine wunderbare Liaison eingegangen. Also das ist wirklich klassisch. Also selbst, wenn man jetzt mal im Internet schaut, es gibt ganz, ganz viele Rezepte eben auf Basis von Pistazien und Mortadella. Also das ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es klassisch ist oder eben etwas moderner. Aber die Kombo, die hat sich auf jeden Fall etabliert. Pistazien und Mortadella. So, hier geht es auch weiter. Die sollen auch nicht ganz, ganz, ganz weich sein. Sondern natürlich auch eine Tortelloni oder Tortellini sollte al dente sein. Und allerdings sollte natürlich auch die Füllung gegart sein. Ich habe hier eine mit Ricotta und Spinat gewählt, weil Fleisch ist ja hier genug drin. Da braucht man nicht nochmal extra. So, jetzt hat man schon die richtige Konsistenz. Das ist schon richtig cremig. Dann werden wir jetzt gleich die Nudeln reingeben. Und zu unserer Sahne und Pistazien-Sauce mit Mortadella. Und ich habe jetzt 500 Gramm von diesem Tortelloni genommen. Und das reicht für drei wunderbar als Primo. Und fertig ist das wunderbare Gericht. Und wenn man jetzt hier, auch da, merkt man schon, die Sahne ist schön eingekocht. Richtig cremig. Sollte es noch ein bisschen mehr Soße geben, einfach vom Kochwasser ein wenig dazu. Und schon hat man mehr Soße. Ohne einen großen Qualitätsverlust hinnehmen zu müssen. Ein ganz tolles Rezept. Und ihr werdet begeistert sein über diese Combo. Pistazien und Mortadella und Pasta. So, und ganz zum Schluss, wie soll es anders sein? Aus der Emilia-Romagna natürlich ein bisschen Parmigiano-Reggiano obendrauf. Bon Appetito. Ach ja, und wie sollte es anders sein? Natürlich trinken wir dazu einen wunderbaren Lambrosco. Ein wirklich tolles Wein für emilianische Rezepte, eigentlich unabdingbar. Richtig. Justine. Verdammt. Vollioz. Untertitelung des ZDF, 2020